So hallo und willkommen zurück zu Spore. Ich weiß gar nicht wo ich jetzt schiengelegen bin. Ich muss Zeit gucken wegen dem Teil hier. Wenn ich die Phase schneller durch mache, wird der Teil nur kurz. Wenn ich es innerhalb von einer halben Stunde jetzt durch kriege, dann wird das ein großer Teil. Wir werden es sehen. So, ich sehe da, wir wollten zum anderen Dorf rüber. Ah cool. Das sind ein paar viele Kühe. Die beiden sind böse oder sind das böse? Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut so und ich rede auch recht gut so und ich bin immer nur einen Moment kurz laut und dann rede ich die ganze Zeit so kummischeiße. Was ist das denn? Sind die böse? Ja, die sind böse. Und wie die böse sind. Scheiße. Alle böse. Was sind die? Alle böse, hm? Vernichten wir dich, Dio. Okay, da kann ich stark sein. Wart. Nee, das ist so nicht wahr jetzt, ne? Ich gehe tot. Kacke. Ständig sterbe ich. Ich fasse es nicht. Ja komm, leck mich doch. Oh, hallo, da bin ich ja schon wieder und so und ha 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 ha. Komm, wir müssen los. Meine ganz Begleiter sind toll. Scheiße, ist sowas falsch, oder? Guck mal, die Fresse. So, jetzt kommst du mit, ey. Das ist nie kaputt. Kannst halt nur am kaputt fällen hier. Jo, 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 auf, auf, auf. Nächste Phase wird besser. So, hoppla. Moment. So. Hey, komische Kühe. Oh, da habe ich ein Ei. Mein Ei. Okay. Ja, warte. Einfach laufen. Einfach laufen. Ich gehe nur noch in mein Nest. Nur noch in mein Nest. Ich glaube, da hinten, dieses Hintergrundgeräusche von meinem, äh, Mikrofon ist ziemlich nervig. Oh Gott, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch nur nach Hause. Hallo? Laufen, 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 laufen. Oh Gott. Was ist denn hier los? Äh, ja, komm mal, die Fresse. Yo. Giant. Und. Ich hasse dieses Viech. Oha, oha. Da ist mein Dorf. Tralala. Da ist mein Dorf. Tralala. So. Maaan. Wiese Scheiße hier. Oh. Ich bin da drüber. Attacke. Alter, sieht so kacke aus. So, hier. Angriff. Angriff. Oh Gott. Oh, so schnell. Ist hier irgendwo ein Ei? Ei? Kein Ei? Hm. Hm, da sind ja noch welche. Was willst du tun? Hä? So, 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 so. Ey. Da ist noch einer rein. Was ist das denn? Hä? Was ist denn das, wenn es fertig ist? Oh, die sind neutral. Sehr gut, die mache ich jetzt alle. Ich drück immer viel zu rost auf die Knappe. Hm. 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 Come on. Come on. Kaputt. Hier sind genug Viecher da. Mann. Was ist das denn? Ach, das ist schmiede Kühe. Mozilla. 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 Auf die Fresse, Mozilla. Soll ich das tun? Sieben Stück? Das sind so viele. Wo ist das denn hier? Oh, die sind nicht stark. Das sind ja recht easy hier im Moment. Diese Idioten. Ich hätte vielleicht nicht vernichten. Wie viele Scherke sind. Wie viele Scherke sind. Wie viele Scherke sind. Hm. Hm. Hallo. 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 So, was passiert hier? Jetzt haben wir wieder ein paar neue Freunde. Hey! Sehr gut. Hallo. Idiot. Oh, ok. Oh nein. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Hallo. springen mal gucken mal gucken kann ich irgendwas anderes anbauen hier will ich was anderes anbauen hier ja will ich gerne was kriegt dafür zu wenig ja das ist zu wenig scheiße kann ich irgendwas anbauen überhaupt hände 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 sind das gerade die hier nur sehr gut für sie sind ganz ich wundere mich gerade was das hier war schon wieder ein paar tage her wo ich aufgenommen habe so ja passiert nicht viel dieses let's play ist nicht spannend nicht so sehr weil ich nicht viel zu reden habe jetzt gibt es erstmal auf die fresse schlagen ist besser geworden ich weiß ich jetzt nicht so gut sind nicht stark Das war's. Wo ist er? Komm, einer noch. Soll ich das alles aufhören? Yay. Was? Jojo, 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 Jojo! Nicht mehr lange meine Freunde Wie stark sind die eigentlich? Das ok das geht doch gar nicht mehr Egal Angriff 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 Oh, das ist so easy. Huh? Komm mal, nicht weglaufen hier. Kampfschrei. Was ist denn das denn wirklich hier jetzt? Wo habe ich gerufen? Gott, was ist das denn? Ach, wie lustig. Komm, wir wollen ja irgendwas angreifen. Wir sind alle vernichten. Ist mir kaputt. Achso, die gibt's nicht mehr. Da oben sind noch irgendwelche Viecher. Oh Gott, sind das die von Schein? Nee, die sind trotzdem böse. Lauf! 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 Kannst du nicht schneller laufen? Nö. Scheiße! Hallo! Tschau! Gibt es hier nichts mehr? Oh doch! Oh Gott! Äh... Oh Gott! Oh Gott! Einer! Oh! Achso, was ist das durch hier? Wann, jetzt kann man doch ran. Wann, jetzt kann man doch ran. Hä? Dorthin will ich den Schnee. Oh, ich hab Gehirn! Ich hab genug Gehirn! Ich könnte weitermachen. Ich sollte aber zuerst zurück ins Dorf laufen. Ich will das noch ein bisschen verändern, bevor es weiter geht. Ich würde den da übelst gerne kaputt machen. Hallo, hallo, hallo! So, rüff nüff nüff, weg damit! Das kann ich's mir nicht leisten. Das kommt auf den Rücken. Oder auf den Bauch? Nee, auf den Rücken. Hinterkopf, nee. Auf den Rücken. Hände. Soll ich'n grad 150? Ja! Hanna, 150. Ach, das geht doch. Irgendwas fehlt ihm doch. Am Kopf. Gut, warte mal einen Moment. Ach, ich bin doof. Ganz doof. Er sieht so kacke aus am Kopf. Kriegt da paar Ohren. Ich hab keine Ohren. Mist. Was hatte der denn vorher am Kopf? Die Dinger? Die Dinger werden sinnvoll. So. Nee, ich finde die Dinger, die waren, die sind ziemlich sinnvoll im Prinzip. So. Mal eben. So, vielleicht. Alter, sieht so scheiße aus. So. Ich mach' einmal weiter. Einfach weiter. Vielleicht zwei Teile raus. So kürzere. Irgendwas hätt' ich hier noch. Ach so, das wär' ja das vorne. Ja. Das heißt, ich muss da ein paar Kiecher noch kaputt machen. Und dann geht's weiter. Da. Sind's die Füße? Uh, Fütschen. Komm, ich will euch denn. Mach's gut. Meine Fresse macht's kaputt. Oh Hohohohoho Komm, die würde ich auch noch töten. Jetzt haben wir auch noch Teile, denke ich. Natürlich noch Amel. So, hol sie ja. Wo ist sie da? Mann! Ist das so komisch rumzuglitschen oder sowas? So, habe ich jetzt alles, was ich wollte? Ich gehe erstmal da hinten hin und dann gucke ich nochmal, ob das alles ist. Ich rede mal viel zu leise oder werde zu leise mit der Zeit. Ich bin noch nicht so angewöhnt. Oh, die ganze Zeit zu reden, sonst rede ich mehr mit mir selbst vom PC oder mit den NPCs labere ich auch. So aus Kack. So, so. So, ich wollte was anbauen noch. Ich würde das abmachen. Ich würde das abmachen. Auf rumzuholen. So. Und. Dann gab es noch was. Ich würde hier diese Fehler ranhängen. Kann ich mir das leisten? Was macht die denn? Was macht das hier? Was macht das da? Sprinten mit Zauber. Springen. Sprinten. Dann lasse ich doch besser diese Fehler hier dran. So. Ich kann nochmal irgendwas runterhängen. So. Hab ich gar nicht. So. Ein Bauchnabel. Das ist ne Nase. Ein Nasenabel. Blöd. Obwohl haben die überhaupt einen Bauchnabel. Die schlüpfen aus Eiern. Hab ich jetzt im Prinzip alles. Ich will mir sicher sein, dass ich alles habe. Komplett umgebaut war Oh, geht doch Oder So nehmen wir das So nehmen wir das So, jetzt bleibt man schon geschmeidig hier Und damit starte ich dann die nächste Phase Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Oh, doch noch nicht In halb einer Stunde, sehr gut Raubtier So, auf jeden Fall Nächste Folge dann Wir sehen uns